Die SBB begrüßt Sie in der S9 nach Gierpflingen, Sommerau, Rümmlingen, Olten. Gierpflingen Sommerau Rümmlingen Buckten Läufelfingen Trimbach Nächster Halt, Olten, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Die SBB begrüßt Sie in der S9 nach Trimbach, Läufelfingen, Buckten, Sissach. Nächster Halt, Sissach, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Die SBB begrüßt Sie in der S9 nach Gierpflingen, Sommerau, Rümmlingen, Läufelfingen. Nächster Halt, Läufelfingen, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Nächster Halt, Sissach, Endbahnhof. Wir bitten alle Reisenden auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Nächster Halt, Sissach, Endbahnhof.